ja muss halt schon auch was machen er schießt doch oder habe ich keine pfeile mehr roh roh das hat mir keiner gelernt ich flehe dich an ich wusste nicht dass wir auf ernst machen hier schon ja ja erster tod in coming oder was ich habe keine heilung was das war mir gerade alles ein bisschen zu schnell ist das gab ich halt oder ja nutze es okay okay ich bin wieder voll alles gut alles gut ja das habe ich ein bisschen bisschen doof gespielt glaube ich gerade warte mal wo lang jetzt er war ja nicht wo ist die andere anzeige hin mutterherz und mutters wiege da hinten ist was aber wo ist der ort war wo ich jetzt hin wollte geh auf die jagd nach lohn und scherben was was nein fortfahren hallo warum konnte ich nicht schießen ich hatte doch noch pfeile ganz komisch gerade und ich bin ehrlich gerade auch verwirrt weil eins der ziele ach so da drüben ist dann das main ziel wo das rufzeichen ist ich gehe mal dahin ich finde es schade dass man irgendwie keine minimap oder so hat das wäre auch noch nett achso ist das nur ein lagerfeuer hier wo das rufzeichen ist oder ich bin verletzt du musst mir helfen achso homie Bro achso ähm moin das war jetzt nicht mein plan mit einer ausgestoßen ich brauche hilfe da ist mir alles egal ja gute einstellung wenigstens ich bin egal es ist meine tochter arana sie ist in gefahr ok bei mutters wiege einem plünderer nach ich fürchte um ihr leben ok ich kann kaum aufstehen geschweige denn ihr folgen hilfst du mir suchen ja Bro natürlich was für warum ich deine tochter mutters wiege aber ja ne ich mach einfach da gibt es kein großes fragen ich flehe dich an alles gut Bro machen wir ok äh so gibt es auf jeden fall auch noch einige mini quests die wir haben das ist aber schätzungsweise jetzt ne nebenquest nur oder achso hier ist das achso ich hab durchs erlegen schon ein bisschen was dazu bekommen quests und das ist jetzt ne nebenquest oder was aufträge und achso ja das ist sie boah aber ich hoffe mich verwirrt das jetzt nicht alles zu sehr da hab ich ehrlich gesagt ein bisschen angst noch aber erstmal lagerfeuer anwerfen boah hardcore hier oh medizinbeutel ist voll ok gut ein bisschen ressourcen und so ja jo alles gut ist egal wenn es bitter ist solange wir überleben dadurch homie überleben das finde ich ein bisschen wichtiger gerade als bitter oder nicht bitter wieder ein lagerfeuer entdeckt ich check es einfach nur nicht das muss Arana sein und sie steckt in der Klemme ich kann nicht runter Bro wo Bro ich seh dich nicht hier bei den Monstern oder was achso ich kann ja ich kann ja nicht meinen Bogen nicht zücken Bro ich muss mir gerade selbst helfen Oh ja erstmal anwesieren bevor ich was anderes mache Ah zack du denkst du bist smart ne Ja Bro ich hab gerade selbst Probleme Oh Du kleiner Mixer Nein Okay ich glaube ich hol mir den Heilperk doch der ist glaube ich gut Fuckin hell homie Was ist das jetzt Ja Bro mach doch Ich hab dich nicht mal gesehen bis zum Ende weiß ich nicht wo du überhaupt bist Ja aber jetzt echt wo bist du überhaupt Kann ich kurz mit dir reden? Nein Ich loote gerade Du redest hier mit niemanden bis ich fertig bin So wo bist du jetzt ich seh dich noch immer Aha da bist du Oh Bro alles gut Warte darf ich kurz noch vorher was herstellen weil Das wäre glaube ich ziemlich wichtig Ähm Munitioner Jägerpfeil Und für ein Feuerpfeil brauche ich dann noch drei Lohe Ich weiß nicht soll ich vielleicht nicht sogar warten noch Obwohl ne komm ich brauche einmal Pfeil noch mindestens Achso ist eh schon voll dann Ja dann reden wir Hau mir kein Ding Ich dachte schon die Wächter reißen mich in Stücke Dein Vater schickt mich zu dir Es ist Zeit heimzukehren Jo Bro er ist verletzt Aber ich kann nicht zurück bevor ich nicht den Speer von diesem Flünderer habe Der Speer Okay Was ist mit deinem Faller Ja Er sorgt sich schon wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe Bro der hat sich ein Bein verstaucht oder so Ich weiß Aber ich wünschte er würde nicht so oft schimpfen Aber er liebt dich doch Homies Hey Komm Er ist bestimmt ein guter Er hat sich Sorgen um dich gemacht Homie Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht Und mein Vater hat ihn einfach verloren Ey ist eigentlich pissed auf ihn Das wollte er nicht Plünderer sind gefährlich Ich weiß Aber ich ertrage es nicht ihn nie wieder zu sehen Ja ich gete schon was sie meint So ein Erinnerungsstück das will man halt schon haben ne Das will man behalten Was hat dich auf diesen Baum verschlagen Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt Hab ihn sogar kurz gesehen Doch da sah ein Wächter mich Und rief seine Meute Ja Bro du kannst hier gar nichts Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin Um den Speer zurück zu bekommen Nee komm Machen wir Ist okay Wir sind Ehrenmänner Such du deinen Vater Sein Bein hat versagt als er nach dir suchte Gleich südlich von Mutterherz Oh nein Einfach nur ein Oh nein Okay Wir sagen hier gerade so Ja oh dein Vater liegt gefühlt im Sterben Einfach so Bein verstaucht Weggefetzt Okay so schlimm jetzt nicht Aber trotzdem Oh nein Ist schon ein bisschen Ein bisschen wenig oder Oh ne Häschen Alles gut Homie Du stirbst jetzt Ah fuck Der war schon zu weit weg Aber egal Wir holen noch ein bisschen Heilung und so Oh der Regen könnte aber ein bisschen abfacken Warte macht der eigentlich das Feuer auch aus oder Ich mein würde es Sinn machen Okay Guess not Okay 100 Meter in die Richtung Kann ich schwimmen Achso Ist nicht so tief Achso doch tief Ja was denn jetzt Also wirklich entscheide ich doch mal ein bisschen Und was geht hier ab Hier sind nochmal Bestien Hä 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 sehr gut gespielt auch einfach kann ich mich kurz hochhalten ja wir haben ziemlich gut viel im beutel gehabt alles gut okay kein stress gut dass ich das gefunden habe ja ich finde generell sehr gut wenn wir viel loot haben die musik spielt gerade ein bisschen okay wildtier kill steht da einfach aber warum ist die musik gerade so habe ich irgendwas verkackt i don't know habe ich oder ist das die herren die wir suchen warte kann ich nicht warte kann ich nicht aktivieren doch und jetzt darauf zielen das ist ein alpha und nur noch sechs falle ich lass es lieber ich lass es lieber ich muss vorher beide herstellen bevor ich gegen die kämpfe noch ja epische musik die sind weggelaufen alles gut beruhig dich von ihm bekomme ich jetzt wieder nur metallscherben aber ich würde ganz kurz mal ein bisschen herstellen noch ein bisschen nur weil es so wird mir das ein bisschen aber woher haben wir jetzt die lohe bekommen das verstehe ich noch nicht ganz egal ich mache kurz mal wieder beutel voll weil das ist mir sonst echt ein bisschen zu stressig also dass sie die pfeile zu haben das glaube ich echt wichtig warte nein das wollte ich nicht junge schießt den arsch gleich ja problem ist ein stress oder was kommen ja wenn du eins gegen eins willst was ist mit dir reicht jetzt langsam mal ok warte mal was ist dieser zünder das was wir suchen habe ich das richtig verstanden oder munition ja mach doch herstellen pfeile und munition waffen modifizieren kann ich auch warte was kann ich das schon was 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 wenn du eine modifikation in einem belegten platz ausrüstest verlierst du die alte modifikation bastler fähigkeit nicht ach du musst dich fähig ah ok aber warum kann ich gerade nicht auf den anderen ah da ok ne das ist was anderes gewesen boah ich muss echt sagen das spiel verwirrt mich momentan schon sehr noch aber das ist normal bei mir das gehört alles zur gewohnt hat noch hier aber ich muss sagen das erkunden macht sehr sehr viel spaß und jetzt chillen wir mal ein bisschen am lager hier aber